Tag meine Lieben, da bin ich wieder, euer Lockenwilli. Kleiner Zwischenstand, nach fünfeinhalb Monaten sehen meine Haare so aus. Ich schweb bekloppt, ich hab wieder fast, wirklich fast volles Haar. Guck mal hier, nur außer so ein paar einzelne Lücken, aber sie wachsen ja jetzt noch sage und schreibe sechs Monate. Und dann hab ich wieder volles Haar. Und ich sage danke meinem Arzt, danke der Herr Mediklinik, Danke, 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 guck mal. Hier hinten wurde übrigens rausgenommen, man sieht nichts. Also hier wurden die einzelnen Dinger rausgenommen. Und man sieht nichts mehr, keine Narben, gar nichts, nichts. Dann sagt ihr, ich bin voll happy. Ja, da war mal Haar da, ne, da ist Haar da. Und so schlimm war dann alles ja nicht. Also die Operation an sich, also die Spritzen, die Daten schon weh, bin ich ganz ehrlich. Aber die Operation an sich, das hat gar nicht weh. Und ja, die zwei Wochen im Sitzen und Schlafen waren auch etwas, ja, wo ich mit zu kämpfen hatte. Aber alles in allem war das die beste Entscheidung, dass ich das gemacht habe. Und ich sage, ach, ich sage mal, nächstes Jahr bin ich mir entzog. Ich danke Ihnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017